Hallo, mein Name ist Andreas Heckel, ich bin der Besitzer des Naturefit Studios und der Chefcoach hier. Wir bieten unterschiedlichste Kursformate an. Über Kettlebelltraining, Clubbelltraining, unseren tollen Naturefit Kurs und natürlich Joint Mobility. Unser tolles Team besteht aus meiner Tochter. Hallo, ich bin Kim und Staat, ich examinierte Physiotherapeutin. Und meine Frau. Ich bin Elvira und Function-Fitness-Trainer und Erlehrungscoach bei Naturefit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie auf Ihrem Weg zu Ihrer besseren Gesundheit, allgemeinen Fitnesserhöhung und mehr Funktionalität im Alltag begleiten dürften. Denn vergessen Sie nicht, nur mit Naturefit sind Sie fit für den Alltag. Was ich am Training gut finde, ist, dass man lernt, über seinen Schatten zu springen, auch mal die Zähne zusammenzubeißen und auch sein Ego mal hinterher anzustellen, wenn es schwer wird oder mal auf Widerstand stößt. Und ich schätze das Training hier extrem als Ausgleich zum Stress im Alltag und habe in Andi einfach einen extrem tollen Trainer gewonnen. Der Andi ist eine Koryphäe in allem, was er macht. Er hat ein wahnsinnig breit aufgestelltes Wissen. Und was ich hier besonders toll finde, ist das ganzheitliche Training. Also jede Muskelgruppe wird in jedem Training beansprucht. Und es war mir sehr wichtig, dass ich mal komplett darüber was mache. Ich fühle mich auch viel gesunder seit zwei Jahren, seit ich dabei bin. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß mit Andi und dann wie immer als Trainer. Mich hat eigentlich der Andi und auch das Training von Andi vom ersten Moment ab begeistert, weil es ein sehr kurzweiliges Training ist und man in einer relativ kurzen Zeit auch den ganzen Körper trainieren kann. Ich finde es gut, mit denen krummen zusammen. Das macht Spaß, sind tolle Leute. Es ist sehr familiär, man weiß nie, was auf einen zukommt. Das ist immer eine Überraschung, was man im Training macht. Bis zum nächsten Mal.